Jo, was los? Was, Mann? Bist du immer noch sauer? Äh, Dings hier, hast du gehört? Kay ist jetzt wieder dick im Biss mit Viktor. Von wegen, der ist raus. Naja, spritt's hier halt rum. Aber das ist nicht alles, Mann. Der hat ordentlich beim Zocken verkackt. Wieso? Schlimmer als unser Fail in der Spiele und mit deinem YouTube-Scheiß, da kann's ja wohl nicht sein. Digga, du kriegst die Kohle doch zurück, Mann, ich schwör's dir. Außerdem, je öfter man verliert, desto näher ist man am nächsten Gewinn, Bruder. Jaja, klar. Aber was ist denn jetzt mit Kay? Naja, seine Perle hat ihn wohl erwischt. Viktor, Club, jede Menge Pussy, du verstehst. Ja, es ist aber auch nicht der Erste so. Und deswegen rufst du mich jetzt an? Ach, nee, Mann. Viktor hat den zum Highstakes eingeladen. Was? Also, was der immer für diese Business-Typen macht. Ja, das Highstakes-Game halt. Jaja, das, wo du auch mal rein wolltest. Hab, was die dich rausgeschmissen haben, wegen deinen Dirty Jordans oder was. Was für Dirty Jordans, Mann? Ich kauf mir jeden Monat neue. Naja, ich wollte halt nur höhere Blinds. Da haben die Pisser Schiss bekommen. Darum geht's doch gar nicht. Viktor hat nur selbst gespielt. Alle anderen waren raus. Nur noch Kay und Viktor. Ein Fake. Und Kay hat's nicht gecheckt. Wie viel schuldet ihr ihm jetzt? Ja, Kay muss jetzt 100k abdrücken. Alter! Ja, und jetzt? Ja, hat der wohl Sergej gefragt, ob der den rausboxen kann. Also meinte ein Kollege vom Kollegen zumindest. Später Wettbüro, ich hab da paar sichere Tipps bekommen. Ja, ich geb dir auch mal einen Tipp. Halt deinen Maul. Heute nicht, Mann. Ey, ich merd mich einfach später. Ja, machst du eh nicht. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hast du sie nicht auch, die dich da wecken, wenn du lieber im Traum geblieben wärst? Verdammte Krähen. Ein Leben ist weder das eine, noch das andere. Es ist ein Auf und Ab, mit Höhen und Tiefen. wie ein EKG. Und ohne gibt es nichts. Nur die Linie. Und alles ist besser als die Linie. Denn dann hörst du selbst die verdammten Krähen nicht mehr. Okay, ich hab die Nachricht bekommen. Mach keinen Blödsinn, hörst du? Ich quatsche mal mit Victor, aber ich kann nichts versprechen. Komm zur Brücke im Industrieviertel. Also pass auf. Normalerweise kann das hier ganz anders laufen. Aber mein Freund hier hat ein gutes Wort für dich eingelegt. Ich hab einen Job für dich, den du machen wirst. Und dann bist du schuldig. 100.000, Kay. Das ist das Beste, was du jetzt tun kannst. Okay. Deal. Gut. Ich kann doch nichts dafür, dass der Vollidiot nicht spielen kann. Wenn ich spielen kann, sollte es lassen. Ich bin doch nicht Mutter Teresa. Ich habe auch eine Familie, die ich ernähren muss. Ganz einfach. So läuft das hier. Ich bin doch nicht hier. Hey, schläfst du schon wieder, oder was? Was ist los, Junge? Ich dachte, du wolltest anpacken. Geh in die Sozialbauten. Dort wartet ein Paket auf dich. Enttäusch mich nicht. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, kannst du diese Zeit mit dem Menschen, den du liebst, zusammen durchmachen und irgendwann rauskommen. Oder du fließt vor dem Problem und störst die Menschen, denen du was bedeutest, von dir weg. Ich bin doch nicht. Ich kann nicht bleiben. Ich muss weiter. Hey, kein Stress. Ich hätte auch nicht erwartet, dass du bleibst. Victor meinte, dass du gerade etwas Entspannung gebrauchen könntest. Was? Wieso? Wovon sprichst du? Victor? Hast du deswegen? Scheiße, ich Idiot. Hallo? Giselle? Schatz? Hat leider wieder länger gedauert. Du kennst ja, Victor. Ich hab im Büro im Club geschlafen. Giselle? 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 Wo bist du? Was ist das? Oh, fuck. Verdammt, nein! Nein, 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 nein! Fuck! Sit! Ich Idiot! Giselle! Giselle! Ich bin 90. Untertitelung des ZDF, 2020